Vorab, bitte werden Sie sofort Mitglied bei die Basis und retten Sie diese Partei, indem Sie einen offiziellen Antrag stellen, die Next Scientist for Future und ihr 56% Potenzial endlich zu nutzen. Und bitte hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte die Wunschgeschwindigkeit einstellen, da ich ab sofort extrem langsam reden werde. Deswegen, die Partei muss gerettet werden. Wikipedia und Redaktionsnetzwerk Deutschland schreiben irgendwie über die Basis, viele der Forderungen und Verlautbarungen klingen mehr nach Esoterik, denn nach Parteipolitik. Und das ist leider so. Und wie gesagt, alle diese esoterischen Mitglieder bei die Basis, die meinen es ja gut. Sie, liebe Mitglieder, die so einen esoterischen Touch haben, sie meinen es ja gut, weil sie nicht erkennen, dass sie ein Opfer sind der Esoterik. Ja, also die Esoterik. Schauen wir es uns mal an. Und dann haben wir noch als weitere Tagesthemen, da gehe ich gleich darauf an, was das Problem der Esoterik ist, warum man immer nur Opfer wird, weil es die Esoterik etwas ist, das Opfer macht. Dr. Dr. Medgerd Reuter hatte einen großen Auftritt bei der AfD und er sagt, dass auch der berühmte Johannidis, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig geschrieben habe, der berühmte Professor Johannidis, dass der sagen würde, 25 bis 40 Prozent der angeblichen C-Toten seien Medizintote. Das ist ja das, wir sprechen ja immer über iatrogene Erkrankungen, also durch Ärzte verursachte Erkrankungen und Schädigungen und über iatrogene Tote, also Medizintote letztendlich. Ja, und 25 bis 40 Prozent, das halte ich für gut möglich, dass diese Zahlen nicht ganz unrealistisch sind und dass daraus sich dann natürlich auch jegliche Übersterblichkeit extrem leicht erklären ließe, nämlich, dass das genau so gelaufen ist, ja, das heißt, normalerweise ist zu erwarten, dass es beim ganz normalen Ablauf immer einen gewissen Prozentsatz Medizintote gibt, also Menschen, die eigentlich nicht hätten sterben müssen, wenn es nicht die moderne Medizin gäbe und ihre Geschäftstendenz, ja, aber sozusagen die Summe aus Kunstfehlern, Irrtümern und, 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 also die Summe aus der Anwendung von vorteilbringenden Irrtümern, die mehr Schaden anrichten als Nutzen. Daraus resultieren immer Medizintote. Nun ist aber C eine Sondersituation, ja, wo dann eben vielleicht einfach noch viel mehr Fehler gemacht wurden, noch viel mehr Kunstfehler, noch viel mehr Irrtümer gemacht wurden, wurden in einer solchen neuen Situation vor allem auch noch viel mehr Anreize gesetzt wurden, zu frühzeitig zu beatmen oder zu frühzeitig Intensivbetten zu belegen und dadurch wurde natürlich dann nochmal der Anteil der Medizintoten drastisch angehoben. Und wie gesagt, ich kann sein, dass das, was Dr. Reuter und Ioannidis so meinen, dass das vielleicht nicht ganz verkehrt ist, ja. Prof. Bhakti war bei Achgut Pogo und er sagte dann so, da ist irgendwie ein Buch erschienen, dass echte Wissenschaft nicht mehr existiert. Die Wissenschaft ist opportunistisch geworden, das heißt also, dass es da mehr darum geht, Gefälligkeiten zu tun für die Geldgeber des Ganzen, dass also sozusagen heute Wissenschaft mehr dann ja letztendlich Werbung ist als Wahrheit, ja. Wissenschaft mehr Werbung als Wahrheit, würde ich mal sagen, ja. Und das ist ja gerade der Grund, warum es den Weltrat der Weisen und die Next Scientists for Future gibt, weil eben es eben kaum noch echte Wissenschaft gibt und deswegen eine Instanz es in der Welt geben sollte, die noch die noch die echte, unbestechliche, durch nichts korrumpierbare, keinen Cent von außen annehmende Wissenschaft gibt, ja. Sozusagen das ist das, worum es geht, ja. Dass wir gesagt haben, einen Staat, ein Großunternehmen reformieren wir völlig kostenlos, unentgeltlich und so weiter. Ja, und dann gucke ich doch mal, wie das mit der Esoterik ist. Also hier, die esoterische Psychologie, eigentlich handelt es sich um zwei Verfahren. Also wir haben hier in der Evolution hatten wir ja als erstes die Frühhändler und Frühärzte. Zu den Frühhändlern gehörten auch die frühesten Waffenhändler. Und alle die fingen an, Vorteil bringen, nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion Irrtümer zu entwickeln, die den Menschen schadeten, aber den Frühhändlern und Frühärzten große Vorteile brachten. Hier drei Enkel, vier Urenkel, viel geistige Schüler, Studenten, dann Akademien, dann später und so weiter. Und eine Variante des Frühärztetums evoluierte sich irgendwann, da kann ich jetzt wirklich keine zeitliche Schätzung abgeben, wann das war, variierte in Richtung der Psychotherapien und der esoterischen Psychotherapien sozusagen. Und die Esoterik ist, und beide sind sie ein Geschäft, ein Geschäftsmodell mit dem Leiden und Unglück, das ja erzeugt wurde von den Frühärzten und Frühhändlern, zum Beispiel mit solchen Sätzen wie, oh, euer ständiger Körperkontakt ist ja eklig, widerlich, hört auf damit, davon werdet ihr ja krank und so weiter. Und dadurch werden die Leute natürlich depressiv. Die Depression wird zur Volkskrankheit auf der Erde sozusagen. Und dann kann man natürlich versuchen, jetzt auch noch davon Geld zu verdienen, mit Psychotherapie-Varianten und esoterischen Psychotherapie-Varianten. Sodass also eigentlich alles, zum Beispiel der esoterische Buchmarkt, da geht es darum, ihnen Lebenshilfe zu verkaufen, die ihnen garantiert niemals nutzen wird, weil sie keinen Wahrheitsbezug hat und sie nicht aufklärt über die Unterdrückung der Sexualität und solche Dinge, sondern ihnen Heil verspricht, also all diese Psychobücher und Esobücher versprechen ihnen Heil dadurch, dass sie sich mit irgendeiner Heilslehre beschäftigen, die aber so völlig unwahr ist, dass sie dafür sorgt, dass die Kunden immer erhalten bleiben, weil es keinem dieser Menschen besser geht. Ich hatte ja letztens geschildert, dass es eben ja im jetzigen Bezahlungsschlüssel der größte Horror ist, wenn eine psychotherapeutische Klinik, was ja manche Kliniken wirklich versucht haben oder gewollt haben, die Patienten danach in Wohngemeinschaften rund um die Klinik zusammenwohnen lässt und irgendwann diese Patienten, die die Klinik gar nicht mehr brauchen, weil sie so alles gelernt haben, wie sie friedlich, glücklich, liebevoll und auch mit viel Körperkontakt miteinander glückselig leben können, in ihrer Kommune sozusagen, in ihrer Gesundheits- und Glückskommune. Und das würde aber bedeuten, dass die Klinik pleite geht, denn die Klinik kann nur überleben, wenn es genügend Drehtürmäßige, wenn es eine Drehtürpsychotherapie gibt, nämlich dass also alles, was gemacht wird, so ineffizient ist, dass die Patienten erhalten bleiben. Es gibt im jetzigen Bezahlungsschlüssel nichts Schlimmeres, als die Patienten wegzutherapieren in die Gesundheit hinein. Das bedeutet den Ruin des gesamten Systems bei dem jetzigen Bezahlungsschlüssel, weswegen wir ja auch positive Anreize setzen müssen, positive Verstärkungen setzen müssen, Belohnungen, wenn für bewiesene Gesundheitsförderung, Krankheitsverhinderung, also für einen echten Gesundheitsnutzen. Also, aber jetzt hier, der esoterische Psychotherapeut, der Psychotherapeut und esoterische Psychotherapeut haben lauter vorteilbringende Irrtümer im Kopf, veranlassen sie zum Kauf von Büchern, die auch nur vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben. Dadurch werden sie sozusagen, der Psychotherapeut selber und der Esoteriker ist, der esoterische Psychotherapeut sind beide Lobbyisten wider Willen. Sie glauben ihre Irrtümer, die glauben die Irrtümer ihrer Sparte. Und sie werden dadurch auch zu Lobbyisten wider Willen, empfehlen ihren Freunden und Bekannten auch wieder diese Esopsychotherapie-Bücher sozusagen, in dem guten Glauben, das würde ihnen nutzen. Ja, in Wirklichkeit hält diese Lektüre alle Beteiligten davon ab, den richtigen Weg zu Glück und Gesundheit zu gehen, der eben nur bei den nextscientistsforfuture.de zu finden ist, wo ja dann auch dieser Kernsatz hier gilt, und ja, hier so über uns Stellungnahme. Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt. Nur, dass eben Psychotherapie und esoterische Psychotherapie alles tun, aufgrund ihrer vorteilbringenden Irrtümer, die Menschen von der echten Selbsterkenntnis fernzuhalten, denn erst die wichtigste Selbsterkenntnis ist, erst einmal zu erkennen, wo bin ich voll von vorteilbringenden Irrtümern, bei all den hunderten von Sparten der Gesellschaft, die mich alle überschütten mit vorteilbringenden Irrtümern, welche sind bei mir durchgerutscht, welche habe ich als Wahrheit in mein Gehirn reingelassen und wodurch bin ich also dann durchmanipuliert und bin jetzt quasi ein Lobbyist wider Willen für eigentlich die vorteilbringenden Irrtümer, derjenigen Sparten, die gerne von mir profitieren möchten und mich aussaugen wollen sozusagen. Also noch einmal kurz hier. Also das heißt also letztendlich, liebe Mitglieder bei die Basis, die ihr zu tun habt mit Esoterik, seid euch klar, dass also hier die Sozialsparten, die Gesundheitssparten, die Alternativensparten, die esoterisch-psychotherapeutischen Sparten, die psychotherapeutischen Sparten, die Heilpraktikersparten und so weiter, die Alternativen Heile, dass da vieles gut gemeint ist und vieles vielleicht wirklich, wirklich objektiv, bei weitem nicht so schädlich ist, wie das, was in der Schulmedizin gemacht wird. Aber die Tatsache, dass etwas weniger schädlich ist als die Schulmedizin, bedeutet nicht, dass es schon gut ist. Ihr seid da Opfer, ihr seid Lobbyisten wider Willen. Wenn ihr natürlich selbst zu der Sparte gehört und selber euer Geldverdienen davon abhängt, dass ihr diese vorteilbringenden Irrtümer glaubt, dann sollte die Partei euch auffordern, euch bei allen politischen Beratungen bezüglich eurer eigenen Sparte zu enthalten, denn ihr seid zu parteiisch sozusagen. Und aber auch die anderen Parteimitglieder sind ja auch voll von den vorteilbringenden Irrtümern, denn auch jemand, der nicht Heilpraktiker wird, ist, der kann ja auch infiziert sein von den vorteilbringenden geschäftsfördernden Irrtümern der Heilpraktiker. Also liebe Basis, sie müssen anfangen, über die vorteilbringenden Irrtümer in den Köpfen der Mitglieder von die Basis nachzudenken mit Hilfe der NextScientistsForFuture.de, sonst kann das nichts werden. Ja, weil, wie gesagt, sie halten diese Dinge für Wahrheit, aber richtige Wissenschaftler erkennen, dass sie einfach nur Opfer von Manipulationen sind. Ja? Also noch einmal, viele der Forderungen und Verlautbarungen klingen mehr nach Esoterik denn nach Parteipolitik. Und damit haben sie keine Chance, weil sie am Ende, die Politik, die sie machen, ist eben letztendlich genauso schlecht wie die der Altparteien. Aber die Altparteien gibt es schon. Niemand wird sie wählen, um die Altparteien zu setzen, damit sie dann die genauso schlechte Politik wie die Altparteien machen. Nämlich irgendwelche Lobbyistenpolitik, irgendwelche Klüngelpolitik, irgendwelche sozusagen alternativ- Heilergeschichten. Dabei ist es so, alles Schulmedizin oder alternatives Heilen oder psychotherapeutisches, esoterisch-psychotherapeutisches Heilen, alles kann sich nur so gut evoluieren, wie die Anreize aussehen. Wenn alle Beteiligten belohnt werden für bewiesene Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung, also für bewiesenen Gesundheitsnutzen, den sie erbringen, dann wird es einen Evolutionsprozess geben, in dem sich alle gegenseitig darin übertreffen, noch mehr Gesundheitsförderungswirkung zu entfalten. Und dann werden auch alle darauf hinwirken, dass die Menschen in Gesundheitskommunen zusammenleben, weil sie dort dann auch wieder am glücklichsten und am gesündesten leben können. Aber eben sozusagen als Manipulationsopfer Partei zu machen, das bringt nichts. Ja, das bringt nichts. Ja, und nochmal, Dr. Reuter, Johannidis, wie müssen wir das System ändern, dass es eben nicht 25 bis 40 Prozent Medizintote sozusagen bei all diesen Skandalen gibt und so weiter, ja? Also, wie müssen wir dafür sorgen, dass wir das Wissenschaftssystem so ändern, dass wir endlich echte Wissenschaft wieder überall sich entwickeln kann, sozusagen? Ja? Das sind doch die Schlüsselfragen. Ja? Bitte werden Sie Mitglied bei die Basis und stellen Sie die entsprechenden Anträge. Ja. Jetzt lese ich mal die weiteren Tagesthemen noch vor, was sonst noch so an Tagesthemen ist. Ja. Streitzucht und Rechthaberei. Ich glaube, dass die Rechthaberei der wesentliche Charakterzug ist, den der Kapitalismus unterrichtet. Ja, das also in vielen Fernsehsendungen. Und wie war das? Die Fernsehsendungen sind die eigentliche Werbung der Händlersparten. Also die Fernsehsparten, die Mediensparten mit ihren Spielfilmen und ihren Soap-Operas sind die entscheidende Werbung, die die Händlersparten bekommen für ihre Werbemilliarden. Ja? Denn dort verhalten sich die Menschen total rechthaberisch, rechen Diskussionen ab, gehen aus dem Gespräch raus, versuchen ihre Sichtweise brachial durchzusetzen im Sinne von Streitsucht und Rechthaberei. Und was ist da bitteschön daran dann ein vorteilbringender Irrtum, ein vorteilbringender Charakterfehler? Ja, weil wenn die Menschen dann durch die Fernsehsendungen rechthaberisch sich zu verhalten neigen, werden sie sehr schnell einsam, weil sie sich ja sofort mit allen Leuten, die anderer Meinung sind, als sie selber aggressiv anlegen, beleidigend werden und so weiter. Und dadurch werden sie dann tendenziell einsamer und die anderen, die auch, denn zur Rechthaberei, zu der Situation, das sind ja dann immer mindestens zwei. Und beide erleiden seelisches Leiden nach diesem Aneinandergeraten in der Rechthaberei, in der Streitsucht. Beide werden tendenziell einsamer für den Moment und damit tendenziell konsumsüchtiger und gehen einkaufen beim Händler oder konsumieren etwas, was der Händler liefert und dadurch profitiert die Händlersparte von diesem Vorteil, bringenden Irrtum, der Rechthaberei und der Streitsucht und das ist dann, deswegen ist das einer der wichtigsten Vorteil bringenden Irrtümer, das bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus. Ja, also auch dort ist es so, wer also dann sich rechthaberisch verhält, ist in Wirklichkeit ein Lobbyist wider Willen, der also quasi den Vorteil bringenden Irrtum und die vorteilbringende Charakterfehlhaltung der Rechthaberei und der Streitsucht bekannt macht, zur Mode macht und als Normalität. Ja, also diese Rechthaberei wird ja dann sozusagen, so verhält man sich halt und wenn man dann in die frustrierende Situation kommt, dass ein anderer Mensch anderer Meinung ist als man selber dann die anderen verhalten sich in so einer Situation rechthaberisch, also mache ich das auch. Der Mensch als das Nachahmungstier macht das dann auch. Ja, und das Erfolgsrezept der Gesundheitssparten ist, dazu gehört eben auch die menschliche Nähe wegzunehmen, also die Händlersparten und die Gesundheitssparten haben beide ein Interesse daran, mir die menschliche Nähe wegzunehmen, damit ich dann süchtig konsumiere. Die harmloseste Sucht ist dabei noch die Haustiersucht, von der wir letztens gesprochen haben. Ich erinnere daran, eine Million mehr Haustiere seit C, also quasi über die Gesundheitssparten wurde die menschliche Nähe mit Ängsten besetzt und wurde sogar verboten quasi, ja, und durch dieses und diese menschliche Nähe, die ist ja nochmal unendlich weit von einem erfüllten Sexualleben und wirklich zärtlichen Körperkontakt entfernt, aber auch sogar die Wegnahme des bisschen menschlichen Nähe, was die Menschen noch hatten jetzt hier im bösartigen Kapitalismus, das wurde jetzt dann durch die Gesundheitssparten ja, weiter unterdrückt, mit Angst besetzt, mit Verboten belegt und so weiter und das zeigt sich dann sofort in einer sofortigen Zunahme der harmlosen Haustiersucht, aber das wird ja nicht bei der harmlosen Haustiersucht geblieben sein, sondern die ganzen anderen Süchter haben bestimmt auch zugenommen, die Leute haben bestimmt auch mehr Zigaretten geraucht, mehr Alkohol getrunken, mehr sich mehr Kranke gegessen, Esssucht und so weiter, also alle anderen Süchte dürften ja auch zugenommen haben, ja, und dadurch die Gesamtbevölkerung drastisch kränklicher geworden sein, ja, ja, und deswegen, das Ganze ist ein Zusatzgeschäft für Gesundheitssparten, ja, das Ganze nämlich auch die menschliche Nähe zu verteufeln, diesmal über, ja, ich meine, die Gesundheitssparten haben das schon früher gemacht, da gab es den Satz zum Beispiel Selbstbefriedigung führt zu Gehirnschwund oder so, ja, auch wieder ein Versuch noch weiter jegliche, jegliche Glücksquellen und jegliche Befriedigung durch Körperkontakt in diesem Falle mit sich selber, also, das ist ja schon gar kein Sex mehr, sondern ist ja nur noch Körperkontakt mit sich selber, aber auch den gilt es eben im Kapitalismus zu unterdrücken, damit die Leute mehr konsumieren, ja, und insofern Händler und Frühhändler und Frühärztler hatten halt schon immer sehr verwandte Interessen, alles was das Leben zerstört und kränklich und unglücklich macht, nutzt beiden, den Gesundheitssparten und den Händlersparten, ja, und da spielt es keine Rolle, ob es sich um alternative Gesundheitssparten handelt oder um Mainstreamige, der Bezahlungsschlüssel ist für beide das Gleiche, beide profitieren durch möglichst viel chronisch Kranke, ja, 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 und dann haben wir nochmal das Stichwort Doppelte Doppelschienigkeit, wir haben also die Strategie, dass wir einmal Gutes tun zu versuchen zu mehren durch Persönlichkeitsbildung, das ist so der Weg von dem berühmten Jürgen Wagner, der eben bei Maischberger und bei Stefan Raab und von den großen öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern häufig als der Kommunen, Mensch und Aussteiger sozusagen berichtet wurde und so weiter, ja, bin ich gespannt, was diese Linie bewirken wird, über Persönlichkeitsbildung das Gutes tun zu mehren sozusagen und unser Weg herlautet über positive Anreize, positive Verstärkungen, dass das Gute tun zu mehren, indem wir eben eine Art Stiftung Warentestisierung der gesamten Welt, der Politik, der Parteien, der Ärzte, der Allersparten durchführen. Also die Stiftung Warentestisierung Allersparten, sodass alle nur noch dann verdienen, wenn sie ihnen, liebe Wählerinnen, wirklich gedient haben, bestmöglich ihr Glück, ihre Gesundheit, ihre Langlebigkeit gefördert haben und die Behörden natürlich, die müssen zusätzlich auch noch beweisen, dass sie auch ihren Wohlstand gefördert haben. Und die doppelte Doppelschienigkeit, der zweite Aspekt ist dann eben, dass man politischen Weg gehen kann, über Parteien und man könnte natürlich auch versuchen, mal die gesamte Kommunenbewegung Deutschland, die gesamten Kommunen, mal zu einen und an einen Tisch zu bringen, an einen Online-Tisch, denn auch die, dort wird natürlich auch fast alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Wir stehen da ja auch unentgeltlich für die Kommunenberatung zur Verfügung. Ja, bei Volksentscheiden ist halt das Problem, ja, der Torsten Schulter hat sich wieder gemeldet, dass er sagt, Volksentscheide, aber er hat auch durchaus die Erkenntnis, dass Volksentscheide nicht ganz so einfach sind, dass das nicht so unproblematisch ist. Bei Volksentscheiden muss man halt immer beachten, dass immer noch die vorteilbringenden Irrtümer wirken, denn ich habe es ja vorhin gezeigt, dass wenn alle Sparten der Gesellschaft mit ihren teilweise Werbemilliarden überall für die Ausbreitung von vorteilbringenden Irrtümern sorgen, kann es nicht anders sein, als dass wir alle voll sind von vorteilbringenden Irrtümern in unseren Köpfen und also wir dadurch alle zu Lobbyisten wieder willen werden und das Ganze dann noch multiplizieren sozusagen in dem Irrglauben, wir hätten jetzt eine wichtige neue Wahrheit erfahren, in dem informieren wir unser Umfeld und dadurch infizieren wir die dann auch und wirken quasi als Lobbyist wider Willen ohne Bewusstheit und breiten dann diese vorteilbringenden Irrtümer in den letzten Winkel der Welt aus. Und jetzt ist also die Sache, was sollen die Leute in einem Volksentscheid entscheiden, wenn sie voll sind von vorteilbringenden Irrtümern. Also wir brauchen vorher diesen Weg, dass wir erst einmal dafür sorgen, auch dass die vorteilbringenden Irrtümer aussterben und das kriegen wir nur hin durch die Stiftung Warentestisierung, das Setzen der positiven Anreize und dann mit solchen Messgrößen wie Wohlfühlstimme oder Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten können wir eben erreichen, dass die vorteilbringenden Irrtümer aussterben und dann werden die Volksentscheide weniger quasi ein Ergebnis von Manipulation sein, weil wenn es immer weniger vorteilbringende Irrtümer gibt, werden auch die Volksentscheide zu realistischen Ergebnissen und für die Menschen guten Ergebnissen führen, aber im Moment ein durchmanipulierter Mensch, ein Lobbyist wie der Willen, der kämpft sogar für das, was ihn selbst tötet. Das müssen wir immer berücksichtigen, dass einfach so als einziges Heilmittel Volksentscheide einfach nicht ausreicht, denn Volksentscheide hängen ja von der Menge der vorteilbringenden Irrtümer in den Köpfen der entscheidenden Wähler sozusagen ab. Ja, ich sage noch mal, wir fürchten ja, dass die Basis, wenn sie so weiterhin alles verkehrt macht und eben die Next Scientists for Future nicht in großem Stile nutzt, dass es dann halt, ich fürchte, dass es bei Sachsen-Anhalt auf 0,5% hinauslaufen wird. Ich bin mal gespannt, wie viel es dann, hoffentlich werden es real, ein bisschen mehr. Ja, ein Ernährungskonzern äußert sich zwar nicht zum Körperkontakt, aber ihre Partner, die Medien, also noch einmal ganz klar, sie werden es kaum erleben, dass ein Ernährungskonzern jemals sagen wird, ja, Sexualität ist schlecht, schmutzig und böse. Ja, quasi mit dem Ziele, dass dann Menschen, die sexuell unbefriedigt sind, einfach mehr Nahrung kaufen und essüchtiger werden. Und ja, aber die Medien äußern sich ständig, dass Sex schmutzig und böse und schlecht sei. Überall sind Verhaltensvorbilder in den Spielfilmen und in den Soap-Operas, die ganz klar zeigen, dass Sexualität eigentlich irgendwie etwas irgendwie geartetes, schlechtes sei. Und ja, der eine ist zu alt, der andere ist zu jung. Immer gibt es Gründe, warum Körperkontakt nicht stattfinden soll. und die Evolution verläuft einfach ganz still und leise so. Die Medien sind sich überhaupt nicht bewusst, dass sie in Wirklichkeit körperfeindliche, sexualitätsfeindliche und gewaltverherrlichende Streit, Rechthaberei und Streitsucht vermehrende Verhaltensvorbilder im Fernsehen zeigen und in den Medien und so weiter überall zeigen. Das ist ihnen gar nicht bewusst, aber sie zeigen es, die, die viel sozusagen falsche Verhaltensvorbilder zeigen, bewirken, dass die Leute esssüchtiger werden und die kaufen dann dort ein, auch unter anderem die in den Werbespots beworbenen Produkte ein, der Nahrungsindustrie, der Nahrungssparten und so funktioniert eine völlig nicht bewusste Zusammenarbeit, bei der die einzige Verbindung ist, dass sie beide den gleichen Evolutionsgesetzmäßigkeiten unterliegen. Der Fernsehsender kann nur dann gut überleben, wenn in seinen Spielfilmen und Soap-Operas letztendlich eine nahrungsverkaufsfördernde Wirkung stattfindet, indem Verhaltensvorbilder gezeigt werden, die sich fehlverhalten, dadurch einsam werden und mehr Nahrung konsumieren und nahrungskrank werden, sozusagen. Und die Konzerne, die Nahrungskonzerne, die Nahrungssparten können nur dann überleben, wenn sie die Werbespots nach Gefühl oder per Zufall an die richtigen Medien geben, die eben nicht nur den Werbespot senden, der bringt fast nix, weil ja auch viele Leute versuchen, die Werbung sofort abzuschalten, sondern an den Sender zu geben, der in seinen Soap-Operas und Spielfilmen genau die Mentalitäten unterrichtet, die dann am Ende zu einem erhöhten Kaufverhalten gegenüber Nahrungsprodukten führen. Ja, also das heißt, die vorteilbringenden Irrtümer stecken quasi in diesen Verhaltensvorbildern der Sendungen und nämlich da steckt immer der vorteilbringende Irrtum da drin, es ist okay, sich so zu verhalten, obwohl es in Wirklichkeit überhaupt nicht okay ist, sich so zu verhalten, aber dieser vorteilbringende Irrtum, zum Beispiel, es ist okay, sich rechthaberisch zu verhalten, so verhält man sich als Mensch, das ist normal und ich will ja auch normal sein, dieser vorteilbringende Irrtum führt dann dazu, dass der rechthaberische Mensch sich und seinen Freund einsam macht, indem sie aneinander geraten und dadurch werden mehr, kommt es zu einer erhöhten Ess-Sucht-Neigung und von der profitiert dann wieder profitieren die Nahrungssparten und die können dann, weil sie profitieren, wieder mehr Gelder an die Mediensparten schicken, wofür die Mediensparten wieder lauter falsche Verhaltensvorbilder zeigen, die die vorteilbringenden Irrtümer beinhalten. Es ist okay, sich gewaltbereit, aggressiv, rechthaberisch, streitsüchtig und Körperfeindlichkeit, Sexualität ablehnend, asexuell zu verhalten und so weiter. Und das ist eben der Punkt und deswegen kann man auch dann zusammenfassen, der bösartige patriarchale Raubtierkapitalismus ist insgesamt immunschwächend, denn all das, all diese Süchtigkeit, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, Nahrungssucht, Medikamentensucht, all das Drogensucht wirkt immunschwächend. Also man kann sagen, der Kapitalismus insgesamt wirkt sich immunschwächend auf uns alle aus. Und was ist, wenn wir immungeschwächt sind? Dann können plötzlich irgendwelche Mikroorganismen und ich zähle ja jetzt immer die Mieren durchaus auch mal zu den Mikroorganismen, auch wenn sie vielleicht gar kein richtiges Leben sind, aber irgendwie sind sie doch der Sache ziemlich nah. Ja, also von daher machen wir uns klar, letztendlich ist die Ursache aller Massenerkrankungen der bösartige patriarchale Raubtierkapitalismus. Mindestens über die Immunschwächung der Menschheit. Ja, also noch einmal bitte hören Sie auf, liebe Esoterik, sprechen Sie mit uns, dass wir Ihnen helfen und Sie von der Gehirnwäsche, der sektiererischen Gehirnwäsche, der Esoterik-Sparten, der esoterischen Psychotherapie-Sparten, der Psychotherapie-Sparten, der Heilpraktiker-Sparten, der Schulmedizin-Sparten, dass wir Ihnen helfen, sich von all diesen Sektenmanipulationen, von den vorteilbringenden Irrtümern, all diese kommerziellen Sparten zu befreien, denn sonst machen Sie einfach nur sozusagen Politik für Lobbyisten, ja, denn wenn Sie weiterhin Lobbyisten wider Willen sind, ohne Bewusstheit, dann ist es quasi so, dass eventuell am Ende gilt, in anderen Parteien kommen die Lobbyisten wenigstens noch von außen und sind Fremde und bei der Basis sind die Lobbyisten in die Parteien gegangen und sind selber Lobbyisten wider Willen und verwandeln die anderen Parteifreunde auch noch in Lobbyisten wider Willen und am Ende macht die Basis eine Lobbyisten-Politik für Esoteriker und ich darf noch mal warnen die Violetten eine esoterische Partei hatten regelmäßig 0,1% und dieses Schicksal winkt dann auch der Basis wenn sie sich nicht endlich befreien kann mit unserer Hilfe von diesen esoterischen Dingen und noch einmal Dr. Reuter Johannidis 25% Medizin Tote bei C Bhakti ein Buch das echte Wissenschaft nicht mehr existiert die Wissenschaft ist opportunistisch und damit ist alles gesagt es ist eben keine echte Wissenschaft mehr ja also Tschüssi bis bald No No